Hallo und herzlich willkommen hier zum Video, welches dieser beiden LEGO Star Wars Sets schlechter ist. Dabei gibt es die Kategorien Preis, Side-Builds und Minifiguren. Bevor wir jetzt aber starten, muss ich natürlich noch sagen, dass das alles nur meine eigene Meinung ist und wenn ihr eine andere vertretet, schreibt mir diese doch sehr gerne in die Kommentare. Starten wir jetzt aber mit der ersten Kategorie und zwar dem Preis. Hierbei sind beide Sets eine absolute Katastrophe, trotz der verhältnismäßig großen Teile. Der T-New Jedi Temple ist mit 34,67 Cent pro Teil schon maßlos überteuert, aber der Crimson Firehawk legt ein halbes Jahr später nochmal einen drauf. Mit 38,96 Cent pro Teil ist er wahrscheinlich eines der teuersten LEGO Star Wars Sets aller Zeiten. Warum LEGO das macht, verstehe ich einfach nicht, denn wie sollen sich Kinder, für die diese Sets gemacht sind, sich das denn bitte leisten können? Diesen Punkt bekommt auf jeden Fall der T-New Jedi Temple, da er ein bisschen weniger überteuert ist. Weiter geht es dann mit der Kategorie Side Builds, welche nicht ganz so einfach zu bewerten ist. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie akkurat die Builds sind, was zumindest beim T-New Jedi Temple eher weniger der Fall ist. Dieser ist nämlich viel zu klein und trifft die Form auch überhaupt nicht. Dazu ist der Speeder von Lysolay in Rot anstatt in Lila und das Beides kann der Droide mit diesem Bogen auch nicht mehr retten. Der Crimson Firehawk sieht auch nicht gut aus, man erkennt aber wenigstens, was er darstellen soll. Dazu hat das Biederbike die richtige Farbe und der Marktstand sieht mit den vielen kleinen Kisten relativ gut aus. Insgesamt geht dieser Punkt also an den Crimson Firehawk, womit es unentschieden steht. Als letztes kommen wir dann noch zur Minifigurenkategorie, wobei in beiden Sets schon mal drei Stück enthalten sind. Bei dieser Kategorie gehe ich mit einer weiteren Tabelle an die Sache heran, bei welcher eingetragen ist, ob die Figuren eher gut oder schlecht sind. Der T-New Jedi Temple beinhaltet als erstes Yoda, welcher natürlich ein super Charakter ist. Trotzdem gefällt mir die neue Kopfform leider überhaupt nicht und die restlichen Bedruckungen sind auch eher standardmäßig. Deshalb bekommt dieser ein Minus. Lysolay und Kai Brightstar haben einen super Umhang mit dabei, passende Frisuren und schöne Bedruckungen. Deshalb bekommen beide ein Plus von mir. Als nächstes gibt es die Figuren des Crimson Firehawk, wobei wir mit RJ83 anfangen. Dieser ist eine sehr kleine Minifigur und seine Beine sind auf einen 1x1er Roundbrick gedruckt. Das sieht meiner Meinung nach überhaupt nicht gut aus und hätte wie beim BD1 gelöst werden müssen. Dementsprechend bekommt diese Figur ein Minus. Daneben gibt es dann Naps, welcher nicht nur einen fantastischen Umhang mit zwei verschiedenen Farben hat, sondern auch einen komplett neuen Mold für seinen Kopf. Dazu sind seine Bedruckungen und das Lichtschwert genauso wie bei den anderen Jedi sehr solide. Als letztes gibt es dann noch Nash Durango, also die Pilotin des Crimson Firehawks. Dieser hat eine passende Frisur und passende Bedruckungen, wobei das Gesicht nicht wirklich nach dem eines Kindes aussieht. Deshalb bekommt sie eine eher mittelmäßige Bewertung. Damit gewinnt der Tino Jedi Temple die Kategorie Minifiguren. Jetzt haben wir also eine Antwort auf die Frage, welches dieser beiden LEGO Star Wars Sets schlechter ist, und zwar der Crimson Firehawk. Trotzdem kann ich euch keines der beiden Sets wirklich empfehlen. Hier findet ihr noch ein ähnliches Video mit dem neuen Clone Troopers und Battle Droid Battle Pack versus das 501. Troopers Pack. Ich hoffe, wie immer das euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.